Wer Zeit gewinnt, der gewinnt Vorsprung. Daher machen wir schon heute möglich, was in Zukunft den Wettbewerb entscheiden wird. Mit Celos, der einheitlichen Bedienoberfläche für alle neuen Hightech-Maschinen von DMG Mori. 16 Apps unterstützen den Bediener bei der Vorbereitung, Optimierung und systematischen Ausführung von Fertigungsaufträgen. Von der durchgängigen Verwaltung aller Prozesse, über die Dokumentation und Visualisierung von Auftrags-, Prozess- und Maschinendaten bis hin zur Überwachung der Fertigung. Celos Apps bieten Lösungen für alle Aufgaben und damit eine starke Basis für die durchgängig digitalisierte papierlose Fertigung. Celos verschmilzt ihre gesamte Organisation und Planung mit der Fertigung. Flexibilität durch die Integration der Maschine in ihre Betriebsorganisation. Die neu entwickelte Celos PC-Version erlaubt ab sofort eine durchgängige Produktions- und Fertigungsplanung direkt vom PC. Bei Bedarf mit Integration beliebiger Maschinen bzw. Betriebsmittel in eine umfassende Celos-Peripherie. So stehen ihnen bereits bei der Arbeitsvorbereitung sämtliche Celos-Funktionen zur Verfügung. Das eröffnet den direkten Zugriff auf die Maschinen, inklusive optimierter Planung, übersichtlicher Organisation und Live-Überwachung aller Fertigungsprozesse. Mit Celos liefert DMG Mori die Lösung zur Vernetzung aller Systeme mit den Maschinen und dem Austausch digitaler Daten. Damit ist Celos das Schlüsselelement für eine vernetzte intelligente Produktion in der Industrie 4.0. Celos – von der Idee zum fertigen Werkstück. DMG Mori – Kooperation stärkt Innovation. Klang einfach Möller bis Kleido 7 SA PREGRAINEM Klang Wälder 1 Klang Wälder 2